Es ist mir wichtig, dem zu gedenken, dass hier an der EZB tausende Menschen bekamen und noch an zwei Menschen zurückkamen. Es ist mir wichtig, das nicht zu vergessen. Denn es ist heute wieder so, dass viele Menschen einfach sagen, so war es nicht, es war so. Und ich wünsche mir für die Zukunft und bin stolz, dass hier diese Gedenkstätte entstanden ist. Und es ist wichtig, dass der 27. Januar nicht vergessen wird, wo Auschwitz gefreit wurde. Und dass hier eine Elite-Erbrichtig gibt und eine Gedenkstätte ist, ich bin ganz stolz und danke für alles. Wir werden nie vergessen. Wir werden nie vergessen. Wir werden nie vergessen. Wir werden nie vergessen. Untertitelung des ZDF, 2020